Ich machte mich gerade bereit zu einer verrückten Party im Haus meines Freundes, als Mom rein stürmte. Mia, wir ziehen morgen um. Ich war am Boden zerstört. Wegen ihres Jobs als Supermodel sind wir viel umgezogen und gereist. Aber sie hatte versprochen, dass wir hier bleiben würden, bis ich mit der Highschool fertig bin. Verabschiede dich heute von allen. Wir fahren morgen früh in meine Heimat. Als ich das hörte, wurde ich fast ohnmächtig. Ihre öde Heimat? Es war eine Sache von New York nach Paris oder in die Schweiz zu reisen. Aber in den letzten 15 Jahren waren wir noch nie in ihrer Heimatstadt. Hi, ich bin Mia und ich habe das perfekte Leben. Eine berühmte Supermodel-Mama, endlose Reisen, verrückte Shopping-Touren und 400 Paar Schuhe. Aber dann, eines Tages, beschloss meine Mutter zurück in die Heimatstadt zu ziehen. Und da fand ich heraus, dass ich drei Väter habe. An dem Tag, an dem wir zurückkamen, war es, als wäre die ganze Stadt gekommen, um meine Mutter zu sehen. Nicht, dass 100 Leute eine große Menschenmenge sind, aber Junge, das war peinlich. Alle waren ehrfürchtig, als sie Mama sahen. Und anscheinend wusste auch niemand, dass Mama ein Kind hat. Ein paar Stunden später, als ich in die Stadt ging, hörte ich, wie jemand über meine Mom sprach. Eine der Frauen sagte, dass Mom vor 15 Jahren weggegangen ist. Ich habe gehört, ihr Mädchen ist auch 15. Du weißt, was das bedeutet. Der Vater muss von hier sein. Ich war schockiert. Mom hatte mir nie von meinem Vater erzählt. Und immer gesagt, sie sei beide Eltern. Ich muss sie fragen. Sind wir deshalb hier, um meinen Dad zu finden? Ist er hier? Hast du ihn gesehen? Weiß er, dass ich hier bin? Was jetzt kam, war verletzend. Du wirst ihn nicht treffen. Dafür werde ich sorgen. Ich versuchte, sie zu fragen, warum. Aber sie sagte nur, dass sie mein Vater sei. Sie sagte, sie hätte mich alleine großgezogen. Also bräuchten wir jetzt niemanden mehr. Ich war anderer Meinung. Ich brauche meinen Vater. Mach dich einfach für die Schule fertig. Jetzt war ich auf einer Mission, meinen Dad zu finden. Ich konnte nicht aufhören, mich zu fragen, wer er war und ob er mich vermisste. Als ich am nächsten Tag in meiner neuen Klasse saß, starrten mich alle an. Die Mädchen waren eifersüchtig. Und die Jungs hatten mich um ein Date gebeten. Kleinstädte waren langweilig. Ich war ein glänzendes neues Spielzeug. Aber ich sollte mich bald nicht mehr langweilen. Denn sobald mein Lehrer, Mr. Jason, den Raum betrat, warf er einen Blick auf mich und schrie, Joanne? Joanne war der Name meiner Mutter. Ich erzählte ihm, dass wir gestern umgezogen waren. Seine Augen weiteten sich. Joanne ist zurück und sie hat eine 15-jährige Tochter? Das habe ich doch gerade gesagt. Sofort drehte er sich um. Das war seltsam. Ein Mädchen hinter mir lachte. Awkward. Keiner mag dich oder deine Mutter hier wirklich. Ich war wütend. Ich kannte dieses Mädchen nicht einmal. Aber bevor ich was erwidern konnte, mischte sich jemand ein. Hör auf damit. Du bist doch nur neidisch, weil ihre Mutter hübsch ist. Ich wurde rot und sah den Jungen an, der das gesagt hatte. Ein süßer, braunhaariger Junge. So wie er mich ansah, bekam ich Schmetterlinge. Nach der Woche wollte ich gerade gehen, als Mr. Jason auf mich zulief. Er drückte mir einen riesigen Teddy und eine Packung Süßigkeiten in die Arme. Hat deine Mom dir gesagt, dass ich dein Vater bin? Wie konnte sie dich nur vor mir verstecken? Als er schniefend ging, starrte ich ihm schockiert hinterher. Wovon redet er? In diesem Moment rannte ein Typ auf mich zu und sagte, Hey Süße, willst du mit mir auf ein Date gehen? Du bist das hübscheste Mädchen an der Schule. Ein anderer Typ schubst ihn zur Seite. Träum weiter, Loser. Sie geht zuerst auf ein Date mit mir. Plötzlich kam der Junge aus der Klasse zu mir rüber und sagte, Hört auf, Jungs. Ihr verwirrt sie, okay? Und er schickte sie weg. Danke. Hast du vielleicht Lust, mit mir abzuhängen? Wir können uns einen Film ansehen. Mein Herz flatterte. Klar doch. Wir waren gerade bis zu seiner Tür gegangen, als sein Nachbar, der gerade den Rasenmähte, schrie, Joanne? Er sah aus, als hätte er einen Geist gesehen. Joanne? Okay, das war nervig. Sah ich alt genug aus, um in den 30ern zu sein? Aaron sagte diesem Typen Tom, dass ich Joanns Tochter sei. Zu meinem Schock rannte er rüber, um mich zu umarmen. Er hatte Tränen in den Augen. Ich wusste nicht, wie konnte sie das von mir verheimlichen. Ich schnappte nach Luft. Warst du Moms bester Freund? Könntest du mir helfen, meinen Dad zu finden? Dein Vater. Wenn du 15 bist, bin ich sicher, dass ich dein Vater bin. Sie hat es dir nicht mal gesagt. Ich will mit ihr reden. Sofort. Tom rannte sofort in sein Haus zurück und ließ uns beide allein. Dann sagte Aaron, wow, das war seltsam. Sie müssen gute Freunde gewesen sein. Ja, sieht so aus. Willst du jetzt mit mir ein Eis essen gehen? Ich hatte kaum zugehört. Sowohl Mr. Jason als auch Tom hatten sich so seltsam und emotional verhalten, als sie mich gesehen hatten. Sie dachten beide, ich sei ihre Tochter. Zu Hause angekommen war ich nicht überrascht, dass Mom besucht hatte. Ich hörte Geschrei und rannte rein, um Tom und Mr. Jason zu sehen. Meine Mutter versuchte, sie auseinanderzubringen, aber sie hörte nicht auf. Was um alles in der Welt ist hier los, hä? Sofort stürzten sich die Männer auf mich und das ist kein Witz. Beide weinten. Und Tom fing an zu schreien. Meine Tochter! Mr. Jason sprang dazwischen. Was soll das heißen, deine Tochter? Sie ist meine Tochter. Ich war schockiert und schaute zu Mom. Was willst du sagen, was hier los ist, hä? Dann sagte Mr. Jason, bevor deine Mom die Stadt verlassen hatte, waren wir beide zusammen. Mom, also bist du eindeutig meine Tochter. Doch dann schaltete sich Tom ein. Nachdem dieser Trottel sie betrogen und ihr das Herz gebrochen hatte, ging sie einen Monat lang heimlich mit mir aus. Wir waren beste Freunde. Und dann hat sie Angst bekommen und ist weggelaufen. Ich war verblüfft, während Mom faul gehnte und sagte, dass sogar Tom sie betrogen hatte. Da beide Männer ihr das Herz gebrochen haben, würden sie ihm niemals sagen, wessen Tochter ich war. Tom sah verletzt aus und begann sofort, um Vergebung zu betteln. Mom, ich muss wissen, wer mein Vater ist. Ich bin der einzige Vater, den du je hattest mir. Akzeptiere es einfach. Ich bin hergekommen, um diesen Losern zu zeigen, dass ich niemanden brauche, um groß rauszukommen. Und was ist mit mir? Ich will es wissen. Eine Minute lang sah sie verärgert aus, als hätte sie nie gedacht, dass ich es wissen will. Dann lächelte sie und sagte, such dir einfach einen aus. Wen auch immer du als Vater willst, such ihn aus. Wir waren alle drei schockiert, aber Mom hielt das Gespräch offensichtlich für beendet. Beide Männer trillten sich zu mir. Die Art, wie sie mich ansahen, ließ mich in Panik geraten. Ich drehte mich um und rannte hinaus. Unerwarteterweise war es gar nicht so schlimm, zwei Väter zu haben. Beide waren eindeutig immer noch in Mom verliebt und versuchen verzweifelt, mich für sich zu gewinnen. Und so waren die nächsten paar Wochen erstaunlich. Mr. Jason behandelte mich, als würde mir die Schule gehören. Er ließ mich alles bestehen und keine Regeln galten für mich. Alle waren neidisch. Ich wurde mit den seltsamsten Geschenken überschüttet. Mr. Jason schenkte mir Süßigkeiten und Puppen, als wäre ich ein Kind, während Tom mir Mamas Lieblingsmusik und Filme schenkte. Ich hab mich nicht beschwert. Ich genoss die Aufmerksamkeit und die Geschenke. Und das Geld. Oh Junge, ne Menge Geld. Aber manchmal war ich mir nicht so sicher. Es schien, als ob die beiden wirklich in Mom verliebt waren und nicht aufhören wollten, mich zu bitten, sie zu loben. Am schlimmsten war es, wenn jeden Tag Mr. Jason und Tom bei uns zu Hause auftauchten. Sie wollten mich beide zur Schule bringen und ich sagte ihnen immer wieder, dass keiner von beiden mich laufen lassen würde. Ich konnte auf keinen Fall mit beiden zur Schule gehen. Die Mädchen würden mir die Hölle heiß machen. Eines Tages tauchte Mr. Jason mit einer riesigen Puppe und noch mehr Süßigkeiten auf. Sag deiner Mutter, dass du die von mir bekommen hast, okay, Kleines? Eww, ich drückte ihm sie in die Hand. Ich bin 15, nicht 5. Tom drückte mir 50 Dollar in die Hand. Ja, nimm das stattdessen. Junge Leute brauchen Geld. Sie spielen nicht mit Puppen. Mensch, danke. Würdest du Mom sagen, wenn ich heute die Schule schwänze? Äh, nein. Ich meine, ich kann der lustige Elternteil sein. Ich grinst ihn an und sah aus, als hätte ich ihm Lotte gewonnen. Oh, oh. Ich wollte nicht, dass er denkt, ich hätte ihn ausgesucht. Jedenfalls so bald. Danke, bye. Ich drehte mich um und rannte. Zum Glück war ich schneller als die beiden und wusste genau, wohin ich musste. Aber kurz vor der Spielhalle rannte ich mit dem Kopf voran in jemand rein. Au. Vor wem rennst du denn weg, Kleine? Hast du was geklaut? Äh, wie bitte? Was dachte er, wer ich war? Ein Bettler? Ich sagte ihm, er soll sich aus meinem Geschäft raushalten und versuchte vorbeizugehen. Er hielt mich fest. Solltest du nicht in der Schule sein? Und du bist mein Vater? Er sagte, dieser Stadtteil ist gefährlich und ich sollte hier nicht alleine sein. Hören Sie, Mister, ich bin nicht hier, um ein Verbrechen zu begehen. Ich gehe nur was spielen. Er sah sich um. Gut, ich komme mit und passe auf dich auf. Ich war fassungslos. War er eine Art gruseliger Perverser? Er schien normal genug zu sein. Aber warum wirkte er so besorgt? Wie komisch. Was willst du hier in dieser Gegend? Ha, ha, ha. Nein, Kleine. Du erinnerst mich an jemanden. Die nächsten paar Stunden waren großartig. Der Typ Steve spielte mit mir und holte mir sogar ein Eis. Das Beste von allem. Er sagte, er würde es bezahlen. Ich hatte eine tolle Zeit und bekam 50 Dollar. Dann sagte er, bringt mich nach Hause. Oh nein, das gibt's doch nicht. Wenn Mom sieht, dass ich mit einem Fremden die Schule schwänze, flippt sie aus. Er sah mich nachdenklich an und sagte, er würde es ihr nicht sagen, wenn ich versprechen würde, nie wieder zu schwänzen. Löstes Rätsel. Die Nummer 1 verschwinden lassen? Ha, ich muss nur das G hinzufügen, dann ist es weg. Du bist eine Schlaue, was? Ja, ja. Mama hat mir immer dumme Rätsel gegeben. Also tschüss. Als ich nach Hause kam, kam Mom angerannt und schrie, wo warst du, junge Dame? Sie und Mr. Jason waren auf der Treppe. Jason hatte mich verfiffen. Ich war erledigt. Weißt du, wie besorgt ich war? Ich musste deiner Mutter sagen, dass du den ganzen Tag die Schule geschwänzt hast. Irgendwie wurde ich richtig wütend, als er das sagte. Ich wusste, dass er wirklich nur versuchte, Mom näher zu kommen. Hör zu, du bist nicht mein Dad, okay? Du versuchst nur, bei ihr zu punkten, indem du mich verrätst. Oh nein, mein Kind, das ist nicht. Aber ich hatte nicht vor, zuzuhören. Ich ging in mein Zimmer und knallte die Tür zu, während Mom schrie. Das war's. So nervig. In diesem Moment klopfte es an das Fenster und ich schnappte nach Luft. Da war der zweite Schock. Ich ging nachsehen und fand Aaron. Er sprang auf und ab und sagte, heute Abend ist eine Party. Tom sagte, dass du vielleicht Hausarrest hast, also wollte ich dich so fragen. Ich war aufgeregt. Tom war der Schilligste. Ich kletterte vom Fenster runter und benutzte den Baum. Wow, du siehst toll aus. Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen, aber dann ertappte ich mich dabei, wie ich Aaron den Gedanken erzählt hatte, der mir durch den Kopf gegangen war. Tom ist großartig und Mr. Jason ist in Mom verliebt. Aber ich möchte wirklich keinen von beiden als Dad haben. Plötzlich umarmte mich Aaron. Lass dich von niemandem manipulieren. Du wirst wissen, wer dein Dad ist. Mein Herz schmolz dahin. Aaron war wirklich der Süßeste. Ich war froh, dass er mich zur Party eingeladen hatte. Aaron und ich hatten eine tolle Zeit. Das Mädchen vom ersten Tag sah aus, als würde sie gleich ein Ozean weinen, als sie mich mit Aaron reinkommen sah. Wir hatten noch nicht lange getanzt, da flog die Tür auf und Mom stürmte rein. Oh nein. Mia, wo bist du, Mia? Ich versuchte, mich unter dem Tisch zu ducken, aber Tom entdeckte mich und machte alles kaputt. Sie ist da. Ich sehe sie, Schätzchen. Er hat mich fertig gemacht. Als Mama mich aus dem Zimmer zerrte, sah ich, wie die Mädchen über mich lachten. Draußen riss ich mich vom Mom los. Hör auf, Mom! Nein, hör du auf. Ich habe noch nie ein nervigeres Mädchen gesehen. Aber bevor ich was erwidern konnte, mischte sich jemand ein und sagte, Wirklich? Weil ich das vielleicht habe, Joanne. Es war Steve. Aber als Mom sich umdrehte und hinsah, war es, als hätte sie ein Geist gesehen. Die Farbe ging aus ihrem Gesicht. Steve? Die einzig wahre. Ich wusste, die Kleine kommt mir bekannt vor. Stell dir vor, sie ist deine. Ich freute mich, ihn wiederzusehen. Du kennst meine Mom? Er schien sich so zu freuen, sie zu sehen, aber Moms Reaktion war seltsam. Sie packte mich am Arm und zog mich weg. Genug, wir gehen. Er war schockiert, aber alles, was sie sagte, war, Bleib mir vom Leib, Steve. Und halte dich von meiner Tochter fern. Nicht, bevor du mir sagst, warum du das getan hast. Warum bist du einfach weggelaufen? Und warum bist du jetzt zurück, ha? Da ist nichts zwischen uns, okay, Steve? Nichts? Das ist eine Lüge und das weißt du. Du bist nicht mal gekommen, um mich zu treffen. Komm schon mir. Wir fliegen morgen nach Paris. Was? Nein, ich fahre nirgendwo hin. Steve sprang vor Mom auf und sagte, Du gehst nirgendwo hin und sagst mir, warum du einfach verschwunden bist. Ich hatte einen schrecklichen Unfall und war zwei Tage lang bewusstlos. Und als ich aufgewacht bin, konnte ich dich nirgendwo finden. Du hast sogar deine Nummer geändert. Meine Mom schrie, Lüg nicht, du hast mich versetzt. Genau wie die beiden anderen. Ich wollte dir an dem Abend einen Antrag machen. Mom begann zu zittern und in dem Moment holte Steve eine Kette hervor, die er trug. Daran war ein Ring. Du was? Natürlich, wir waren verliebt. Du sagtest, du hättest tolle Neuigkeiten für mich. Was war es? Mama konnte es kaum aufsprechen. Die Neuigkeit war, sie sah mich an und dann ihn. Und einen Moment lang dachte ich, sie macht Witze. Steve war mein Vater. Mom sagte, ich wusste nicht, dass du noch hier sein würdest. Ich dachte, ich hasse dich, aber ich wollte trotzdem, dass Mia die Stadt ihres Vaters sieht, bevor ich sie für immer nach Paris bringe. Nicht auszudenken, wenn ich einfach gegangen wäre, ohne jemals die Wahrheit zu erfahren. Steve umarmte Mom und wischte ihr die Tränen weg. Komm her, Kleine, gib deinem alten Herrn nur Umarmung. Als ich zu ihm rannte, um ihn zu umarmen, wurde mir klar, dass ich in meinem Herzen immer gewusst hatte, dass er es war. Plötzlich kam Tom zu uns und sagte, ich bin immer noch dein bester Freund. Umarmt mich auch, Leute. Ja. Bis zum nächsten Mal.